leute servus was geht ab also herzlich willkommen zu minecraft 0 2 heute sogar schon tag 5 und genau ich bin wieder im team und wir haben schon einen kleinen plan überlegt ja würde ich sagen let's go hallo willkommen an alle leute im stream ich habe euch komplett aus den augen verloren wir sind rechts nach rechts gefahren aber wir bräuchten auf jeden fall erst mal fäden oder wir wollen uns unterbauen oder hofft ihr dass ihr in irgendwelchen höhlen spinnen wir könnten wir könnten halt auch eine höhle finden hier damit niemand weiß wo wir sind hier wir sind genau an der border junge was hat er ich gerade vor was soll ja wir wollen uns können wir schon rein ja ihr könnt jetzt rein soll ich das schild weg machen ja und ich setze im erdblock bin nach weg und ich setze erde hin ich habe einen kreis gefunden oder gibt's spinnenweben hast du schon gefunden ja aber aufpassen ich weiß nicht ob es da gift spinne oder so gibt wir haben richtig glück also ich denke wir können uns jetzt jeder schon mal einen crossbau machen ja ich hab wie viel eisen gerade gefarmt ich habe auch gold ich glaube jetzt aber aber aufpassen ich weiß nicht ob es da gift spinne oder so gibt auch ein spinn spawner kann man hier oben alles rechts hier oben licht warum ist hier spielen legen halt anders krass hier ist glaube ich auch ein spinn spawner wir müssen das sofort abbauen wenn wir ihn sehen äh ich hoffe dass ich gerade ich weiß gerade nicht ob ich nicht weiß oh die schild die legen einfach so krass ja damit uns ja niemand sieht die namen gehen sehr weit nach oben also ich habe zum ersten mal losgeangelt ich habe nur eine angel mit halberkeit 3 bekommen leider schade ich habe gar nicht drauf geachtet ja war ein bisschen spät Didi ich habe auf den chat geguckt sorry ich habe auf den chat Julien Bam's Pool in Minecraft Alter so nenne ich den Titel was hast drauf? wirklich glück des meeres glück des meeres und haltbarkeit 3 alter nice sehr geil aber die ist fast kaputt die ist fast kaputt Jungs reparier sie ich habe einen Amboss hier hingebaut hier hier bei mir ich habe einen hingesetzt ist das mega geil ein mega ein Bogen ich habe einen Bogen oh komm was hast du? komm Power Power 2 was? komm Digga das ist fast kaputt Stärke 4 und Schlag 1 nice nice ist der mega OP wenn ich den einmal benutze ist der kaputt alter ja reparier einfach ich habe einen Amboss warte ich stellen auf ich habe einen zweiten Bogen ich habe einen Amboss hier hingestellt Digga endlich das zweite gute alte heftig du hast ein Buch komm hau raus was ist es? was ist da drin was ist es? nein Durchschuss 3 alter Durchschuss 3 auf die Armbrust ist ultra krass das ist richtig gut das ist absolut krass das habe ich gerade auch richtig gut das ist absolut krass ne das ist für Bogen oder? nein Durchschuss ist für die Armbrust Durchschuss für die Armbrust damit die Armbrust immer trifft obwohl du geblockt hältst mit dem Schild ja und die kann auch durch zwei Spieler gehen glaube ich ja Leute wir sind Top 20 ja das ist einfach richtig gut ein Buch oder? was war das? Plünderung 3 Names ist der Glieder ja Scheißbuch Plünderung ist eigentlich geil ne? Kriegs halt geilen Loot oder so ja Jungs wartet man so 20 Minuten gefühlt und bekommt so ne Scheiße hä? Digga nächste Folge gleich nochmal hey Umge lass bitte lass bitte Junge Alter wir machen hier so eine Farbigesession umgedeckt sich auch nur so weht gib uns Annen mit Glück des Meeres bitte wenn du Ehre hast wir sind das einzige friedliche Team hier wir wollen mal ein bisschen Bonus hier ich habe Knochen bekommen also Junge er macht jetzt so ein Schild hier ich habe Gondias hingeschrieben Wundermus los Wundermus los wie war das? TP Didi hä? 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 er war auf einmal weg? komisch sehr sehr komisch ok oder habe ich mich zum Falschen teleportiert? ok sie sind hier so dass man ihren Namen nicht sieht am angeln mit Meister Gamer Didi Neotricks und Danger sind hier komplett eingekapselt oh sie haben ein Schild Gondias das bruder muss los aber kann aber dieses andere dieses andere los Der geht doch in meinem Bildschirm ganz oben rechts zu hu2, alter Meister Gamer, du hast schon wieder verpasst Meister Gamer, du hast schon wieder verpasst Meister Gamer, du hast schon wieder komplett los Digger, du hast schon zwei Bögen versemmelt So, Leute, Folge überstanden, man kennt den Also Leute Ich hau auch nochmal kurz ordentlich was raus hier Vielen Dank, dass ihr dabei wart Wir wollten eigentlich angeln und einfach geilen Loot holen Weil wir eigentlich keine Chance mehr haben Großkills zu machen, um dann irgendwie einen Verzauberungstisch zu machen Deswegen haben wir gehofft, dass wir halt eben was angeln können Hat leider nicht so krass geklappt, ehrlich gesagt Also ich hab richtig Probleme gehabt Ich hab einmal einen Bogen mit Haltbarkeit 3 bekommen Das war's aber Und dann noch die Spinne Ich war absolut lost gegen die Spinne vorhin Deswegen hab ich richtig krass Herzen verloren Es war so unnötig Ich wünsch euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag Ciao, Leute